so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender Video des Ravensburg Adventskalender und heute haben wir den 15. Dezember und wir machen das 15. Türchen auf ja und jetzt kommen erstmal einen Gruß mehr habe ich leider nicht für dieses Video und zwar habe ich diesmal den real chichi hd er schreibt nice video grüßt mich ja das war es danach schon falls du morgen gegrüßt werden willst schreibt es in die Kommentare ja so heute haben wir wieder ein Puzzleball drin wie ihr seht wir haben jetzt noch 1 2 3 4 5 6 7 Puzzle Bälle und der Rest keine Ahnung was da drin ist hier unten bin ich mal gespannt am 24. ja ich denke mal wir öffnen jetzt mal Türchen Nummer 15 und schau mal welcher da drin ist auf jeden fall mal ein grüner grüner ball kann ja wahrscheinlich nur Wolfsburg sein ja wie machen wir das jetzt geht das so am besten so sonst sehe ich mich hier nicht weil sonst fallen mir die teile irgendwo in die löcher hinein gleich geht es auch so besser als mit dem karton auf dem karton so wir werden jetzt erstmal wieder alles drehen wie immer zack 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 so wie gehabt vier teile und dann kommt der zeitraffer so teilchen nummer eins hier aber teilchen nummer drei und hier müssten wir teilchen nummer vier haben zack 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 und die nummer vier die haben wir hier so hier hin dann müssen wir das hier so hin machen so vier teile zusammen und jetzt kommt der zeitraffer Bis zum nächsten Mal. 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 Ja. So, denk dran, wer gegrüßt werden will, der schreibt es in die Kommentare. Und falls du noch kein Abonnent bist und dir mein Kanal gefällt, kannst du den kostenlos abonnieren. Und natürlich liken, 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 liken und sage ich mal bis morgen und ciao.